Herzlich Willkommen Leute zu einer weiteren Runde Heroes of the Storm zusammen mit dem guten Mr. Moor. Hallo! Einmal ein anderes Level. Hey Mr. Moor, was bist du heute unterwegs? Ich bin heute ein Miele-Alserszene. Du bist ein hässlicher Fett. Was heißt das hier? Ich bin eine unglaublich krasse Kuh. Nein. Was nein? Du hast zwei Schweine auf dem Rücken, ich hab zwei Gitarren. Du hast eine Gitarre. Und das andere ist ein Bass oder was? Ja, ja, ja. Nein. Okay, wir gehen oben lang, ne? Würde ich sagen, ja. Weil wir die coolen Kids sind, oder? Ja, ja. Je weiter oben, desto besser. Ja, coole Kids. Los, 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 los. Da sterb ich wieder, weil uns vier Leute sind. Nee, hier sind jetzt drei Lanes auf der Map. Das heißt, jetzt gibt's ja diese Minen in der Mitte nicht. Jetzt müssen wir ja diese Augen sammeln. Oh ja, stimmt. Da gibt's dann wieder das große Metz. Ben, wir sind schon was von einem Gegner-Turm. Oh, hier unten wird angegriffen. Komm runter, Mr. Moor. Komm, ich seh' dich nicht. Oh, Gotto. Nein, 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 nein. Egal, ich hab's weggekickt. Bleiben wir einfach hier stehen. Okay, jetzt haben wir gerecht als Gegner. Ja, die spielen ja unsere Combo. Voll die Arschleche. Wir sind aber zu dritt hier oben. Vier. Mr. Moorren. Lass ich mich zweimal sagen. Wieso sind denn alle oben? Die gehen immer nur auf uns. Schau dir das an. Ja, das ist Absicht. Ich würde da gerne was töten, aber da jetzt reinzugehen ist für mich ein bisschen Selbstmord. Als Miele-Assassino. Ja, man weiß nicht in welchen Büschen sie hocken. Ich guck mal hier oben rein. Auf den Doktor! Okay, er geht weg. Eins. Jetzt haben wir hier die Kontrolle. Komm, Frösche. Oh mein Gott, ich hab so Fröschen. Wir haben meine Schwäche. Aua. Warte, ich lau' jetzt mal hier. Ich kick den gleich mal zu dir. Oh, Mr. Moor. Die rennen immer nur weg, ey. Komm, wir brauchen mehr Level. Ja, wenn wir auf der Level 10 sind, dann waren die fertig. Bis jetzt sieht's ganz gut aus. Also wir haben hier auf jeden Fall Level-Vorteil. Ja, aber wir dürfen... Aber der will's zum Tor locken, der Spast. Ja, solange ich meine Gitarren-Solos hab. Ich stell mich jetzt hier auf da hin. Kann man tanzen? Wie nämlich. Ich glaub nicht, ich glaub nicht. Au, au, au. Was soll ich nehmen, wartet, stopp. Lower Sub... Ja, der cooldown weniger, glaube ich mal. Das ist super. Weniger cooldown ist immer gut. Ich hab ihn gestunnt Nein! Ich trau mich da nicht hin wegen dem Blades Da kommt der Spastisch schon wieder Er willst du unbedingt wissen Wir haben aber jetzt glaube ich in dem Wir könnten mal die Gegner hier in den Wald Oh, den folgen wir jetzt Jetzt haben wir ihn Komm schon Mr. Mock Prügel ihn Ja, angestürmt Das hier brauchen wir Genau Jawoll Für uns Ah, die Krähen sind grad unten, ne? Hier unten ist nix Doch, doch, hier Pam, pam, pam Okay Jetzt haben wir aber krassen Levelvorteil Meinst du sollen helfen gehen? Aber es sind ja 3 von uns und kein Gegner mehr Ich glaub die haben's Ja Wir machen mal hier mit, damit wir langsam Durch die Tore Durch die Tore hier kommen Wir haben auf jeden Fall einen guten Levelvorsprung grad Anderthalbe Das ist das Obst kaputt gemacht Mr. Mock Damage, 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 Damage Lass mich tanken Mr. Mock Ah Ah Komm her zu Hol dir was von den Brunnen Vielleicht da schon wieder, ja Brunnen Ab 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 Mauer kaputt. Ja, ich kann alles in die Sekunden erste Hilfe. Für dich oder andere? Okay. Wie schnell du gehst, weil du läufst ja nicht, du gehst ja eigentlich nur. Oh, jetzt müssen wir vielleicht mal in die Mitte gehen. Oder da kommt uns bestimmt doch jetzt mehr entgegen hier. Poffe. Ich mounte auch. Hier, geh einmal von hinten an. Mr. Mauer, da kommt er. Hat er sich weggeportet oder was ist das? Was sind das für Zaubereien? Da nehmen wir Arthas. Okay. Oh, unten ist so ein Krän-Symbol. Da müssen wir vielleicht hin. Das denkt sich der Witch-Doktor auch. Ich komme. Oh nein, der Witch-Doktor hat mich eingesperrt. Geht weg, ihr Schweine. Tarn, gekrittet. Er ist weg. Jawohl. Und da kommt Rainer noch alleine rein. Zack. Nice. Boah, wir haben vier Stück geholt. Geil. Das wird unser Teil. Da haben wir zwei. Erste Hilfe. Passt. Oh, hab ich den eben weggekrittet. Der ist voll geflogen. Die Ragdoll-Dinger sind auch echt geil. Die gehen wieder hoch, ne? Ja, wie viel braucht man eigentlich? Drei Stück, noch ein Tribut, dann ist das Gegner-Team verflucht. Ja. Dann können wir da so durchmarschieren. Wollen wir eigentlich irgendwas hier erobern? Da so ein Höfel-Teil mit Level 14 Teil da? Lass versuchen wenigstens die eine Wand eben noch kaputt zu machen. Das ist nur noch ein Tower. Au. Ah. Spitter-Morph-Rose. Da ist es auf die Fresse. Was kriegen wir, auch wenn die Minions tot sind? Ja, perfekt. Okay. Mach mal auf hier, Mr. Mord. Ich komm gerade, ich mach gerade. Lass mal den Heilboden wegmachen. Das Gute ist, ich hab keinen Mana, ne? Das ist super. Ja, das ist richtig geil. Jetzt wollen wir aber viel, wir haben keine Minions mehr. Ich komm gerade raus. Au, da kommen sie von hinten. Hier, unten sind sie. An dem Symbol dran. Die haben's. Mr. Mord, lau! Ich kann nicht, ich steck fest. Undai. Au, wie fies du umgefallen bist. Da gingen sie alle auf mich, die Schweine. Mein erster Tod. Aber wir haben eigentlich, haben wir relativ viel von denen kaputt gemacht. Wir hätten aber eigentlich aufpassen müssen, dass wir das Teil kriegen. Und das war ein bisschen doof. Ja, mit einem können sie ja eh noch nichts machen. Wir haben's ja gucken noch. Jaaaa, ich lebe. Willst du dir später auch das Einhorn-Maut kaufen? Das ist super. Ich bin jetzt oben. Ja, ich mach mal hier dieses Camp kaputt. Level 18 Solo. Hm. Dann müsste das doch... Level 18 Solo hört sich ein bisschen fies an. Soll ich? Ich will mal sonst mal kommen. Mal schauen, was er kann. Au. Wir sind ja nicht Solo. Wir sind ja nicht Solo. Ja, Ten. Jaaaa, Damage. Denk an Erste Hilfe. Kann ich auf dich gehen? Genau, danke. Vielleicht haben wir ein bisschen Vorteil. Au. Okay, das nächste... Der nächste... Das nächste Tribute ist wichtig. Weil jetzt haben beide nämlich eins... Äh, zwei. Verdammt, das hätten wir echt aufpassen können. Ja, aber da hätten wir so schnell nicht hinkommen können. Das war unten. Aber die Bestie hier müsste eigentlich auch einen guten Job machen. Immerhin ist die Level 18. Ja. Komm, liebe Beste. Käft ihr mal hier durch. Gogo, Beste Ranger. Jetzt macht's uns hier. Oh doch, der hält ein bisschen was aus. Da können wir vielleicht den Tower kaputt machen. Pass auf, da hinten. Hab den Doktor vertrieben. Ja, aber sein Wesen ist was da, Mr. Moor. Du stehst mittendrin. Au, ist es ist klar. Die Kick war alles weg. Das wird gar nicht gesehen. Ist doof, tropp. Das wird gar nicht gesehen. Aber das Level 18 Monster, was wir haben, ist eigentlich viel geiler. Das hat jetzt zwei Tower kaputt gehabt. Alter. Wir sind unstoppable. Das letzte Ding. Das letzte Ding. Das ist... Oh Gott, es sind alle von den Gegnern da und wir sind zu wenig. Ich mach ein Moshpit. Moshpit. Sie tanzen alle. Verprügel sie. Ich hab Arthas richtig weggekrittelt. Alter. Er hat so viel Damage bekommen. In der Metamorphose mach ich richtig Schaden. Das ist richtig heftig. Na gut, der hat auch ganz schön Apfelzeit. Aber... Das geile ist, die drei konnten alle nicht angreifen. Die waren alle am Tanzen. Ja, und ich konnte dann einfach direkt... Sack. Und... Boah, das war geil. Nimm mal. Nimm mal. Guck mal, wie weit unser... Ach ja, stimmt. Die Tower machen kein Damage mehr, ne? Ja. Die sind jetzt total schwach. Lass die mal alle kaputt machen. Jetzt marschieren wir ein hier. 34 Sekunden noch. Ja, dann machen wir alles kaputt. Ja, hoffeln. Also hauptsächlich erstmal hier die Dings kaputt machen schnell hier. Die Großgebäude. Weil... Dann haben wir schon mal echt einen guten Vorteil. Okay, das ist auch tot. Boah, vier Sekunden noch. Boah, da haben wir richtig viel zerstört. Da haben wir uns richtig viel zerstört. Wir müssen da raus, Mr. Mott. Mott. Na, das wird noch einen töten, aber naja. Ba, ba, ba. Great job. Ja, danke. Auf jeden Fall, das war richtig geil. Geil. Pass auf, weil wir sind zu viele. Ich versuch zu laufen. Okay, das war's mit dir. Aber wir sind gut durchgekommen. Ja, zwei Lanes sind komplett zerstört. Wir sind ja schon in der Mitte und oben sind wir ja schon durch. Ja. Könnten wir auch versuchen, gleich auszunutzen? Auf jeden Fall, das können wir jetzt beenden. Metamorphose kann ich wieder in 50 Sekunden auf die Fresse hauen. Bist du noch tot oder lebst du schon wieder? Ich leb noch. Was soll das heißen? Jetzt leb ich noch. Jetzt leb ich wieder. Ich warte gerade hier. In 10 Sekunden bin ich da. Jaja, ich seh's oben. Und los geht's. Hallo. Durch die Mitte einfach, da wo die anderen auch sind. Yo. Wir haben jetzt einen Standard Level 40 Mount. aus dem Weg. Warum wurde ich abgemautet? Ach ja, Schweine. Kennst das doch. Als WoW-Spieler. Die Drecksmini. Du hast Tribut holen zur Sicherheit. Das ist nämlich hier unten. Ja. Nämlich zwei Stück. Deswegen. Ach ja stimmt. Für die lohnt sich das sogar noch. Nicht mit uns. Okay. Perfekt. In der Mitte gibt's grad noch Beef. Kommen wir ja jetzt hin. Was ist denn das da für einer? Da oben. Da oben rechts. Da ist er. 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 Jetzt haben wir ihn aber oder? Ja. Er ist tot. Wollte schon sagen. Dann kriegen wir doch jetzt den tot. Bei dem muss alles kaputt ne? Alles. Alles. Du weißt doch nicht was die Mauern bringen. Aber auch die müssen kaputt. Das nächste. Ne. Das ist ein Mercenary Camp. Das heißt hier oben muss einer sein. Ah. Ja lieber Arthas. Ich mach. Ach schade. Ich wollte ihn tanzen lassen. Was? Ach oh. Tribut ist da das nächste. Ich komme. Holen wir da noch einen. Dann ist es auf jeden Fall vorbei. Wenn wir zweimal dazwischen. Oh da wollen sie aber hin glaube ich. Ich glaub dann die kommen da jetzt alle. Oh oh. Ich bin auch hier noch, ich bin auch hier noch, ich lebe hier noch Ich hab nur die Tante war ja hier, da ist die so unsichtbare Bitch Oh Gott, die macht richtig Schaden, da müssen wir auch das Wir brauchen mehr Hilfe hier oben, wir müssen rein wieder Ich hab alle mal weggekickt Schöner Damage Mr. Moor, hau raus, was du kannst Ein hab ich Ich hab immerhin gemischt, so ein ganz großer Manche Nein, nein, nein bitte bleb 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 Ich will nicht Hol sie dir Mr. Moor, lass dich nicht kipen Ich helf dir Da, hab sie, einer hab ich tot Und da kommt die andere, genau, wir haben beide tot, beide tot Haben wir den Ding nochmal mit? Jaja, den Boot haben wir auch, 2-2 und den nehmen wir auch nochmal mit hier Hallo Oha, ich sterbe, hau Mich will er nicht angreifen, du stehst näher dran, Mr. Moor Aber wir haben die Beste Aber wir haben die Beste Eine Minute, Alter Ja, Max Level jetzt Hättest du nicht grad auch, ähm, skillen können, dass du wieder aufstehst, wenn du tot bist, oder kannst du das als Indie dann nicht? Ich hab, ähm, ich glaub 5 Minuten, alle 3 Minuten stehe ich einfach sofort wieder auf, ohne totes Timer Da geht's zum Tribut Oh, unten, ne? Oh, ich seh's, ja Ich muss ja meinen Witchdoctor loswerden Unser Team geht da gut hin, ja Wenn wir das jetzt haben, dann ist komplett vorbei Dann muss ich da wahrscheinlich gleich durch Ich bin ja noch 17 Sekunden tot Ja, das war's Hoffentlich Derzeit, wo du dieses machen könntest, da könnte ich den so schön Jaja, das war ja am Anfang so, der könnte ja die ganze Zeit nichts machen Jetzt werden sie verhauen Ich komme Lauf, Arthas Das ist unsere Bestie Stimmt, unsere Bestie lebt auch noch Bin gleich da Bin gleich da So, lieber Witchdoctor Geil, unser Monster hat's gemacht Was eine schöne Runde ey Das war schön ja war nö continue hast du bekommen 76.000 20.000 für ne quest 38.000 34.000 13 takedowns hab ich du hast 14 ja der war mir eigentlich gut dabei diesmal 3 mal bin ich gestorben nur und du nur 2 mal und die anderen 8 und 7 mal ja ok deswegen war es auch noch so spannend auf jeden fall level 20 obwohl die waren auch level 20 am ende noch die haben sie ja noch geschafft aufzuholen aber wir haben halt extrem damage rausgehauen auch bei denen muss man mal so sagen weil ich in dieser metamorphose war die einen hab ich einfach so gekritzelt ja das war so krass also sogar Arthas obwohl er als tank gilt hast du ihn ja voll auseinander genommen ja der metamorphose ja das war richtig heftig ja ich würde mal sagen der part ist vorbei ja wir sehen uns dann demnächst wieder hoffe ich doch und schaltet wieder ein bis dann tschüss tschüss